Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es ist schon etwas länger her, seitdem ich und Mirai einen gemeinsamen Livestream gestartet haben. Und nun ist es endlich wieder so weit. Wir beide starten einen Livestream. Das wird morgen gegen 20 Uhr stattfinden. Den Link kann ich noch nicht in die Beschreibung packen. Das werde ich aber jetzt irgendwie morgen Mittag machen. So gegen 17 Uhr werde ich den Link hier irgendwie unter das Video packen. Denn dann wissen wir erst, wo wir streamen. Also auf welcher Seite wir streamen. Was gespielt wird, verraten wir noch nicht. Aber es werden drei richtig geile Spiele gespielt. Also lasst euch überraschen. Wir sehen uns und ciao.